Der Skibetrieb hat sich sehr verändert. Seit 1959 mein Großvater den Betrieb gegründet hat, sind jährlich mehr Leute gekommen und unser Ziel ist es einfach, dass wir den Urlaub von unseren Kunden bereits im Geschäft beginnen lassen. Vor drei Jahren haben wir ein Projekt gestartet und mit unserem Coach, den wir da engagiert haben, haben wir dann den kompletten Ablauf erneuert im Verleih, damit wir einfach schneller werden und auf der Suche nach den neuen Technologien sind wir über ProGlav gestoßen. Dann haben wir das mal zwei Monate getestet und nach den zwei Monaten haben sich die Mitarbeiter schon fast gestritten darum, wer jetzt das benutzen darf und danach haben wir einfach gesagt, jetzt holen wir mehr und implementieren es, dass jeder seinen Handschuh hat. ProGlav ist bei uns im Einsatz in der Skiausleihe, in der Rückgabe von allen Mietartikeln und in die Stoßzeiten, also in die Ferienzeiten auch am Kassenbereich. Im Ausleihbereich haben wir ca. 3.700 Paar Ski, 2.500 Paar Schuhe und 260 Rodeln. Also der Verleihartikel wird Kunden genau zugebucht über einen Barcode und hinter diesem Barcode ist genau hinterlegt, welchen Artikel er mit sich durchgenommen hat. Durch ProGlav sind wir ca. 3,5 Stunden am Tag schneller geworden und durch die neuen Abläufe, Technologien und ProGlav haben wir es geschafft, dass wir an die Ferienzeiten, Wochenenden 20 bis 25 Prozent mehr Kunden durch den Verleih gebracht haben. Den Rückgabebereich haben wir so designt, dass nicht alle Leute mitten im Raum sind. Wir nehmen die Leute vor der Türe schon komplett die Ski und die Stöcke ab, damit sie die Hände frei haben und gemütlicher im Raum dann die Schuhe ausziehen können und dort zurückgeben. Ja, also mit dem Handschuh kann ich doppelt so schnell arbeiten, weil ich beide Hände frei habe. Man spürt das Gerät fast nicht, also du hast kein Gewicht an der Hand zusätzlich quasi. Ja, mit ProGlav ist es so wie bei Spiderman. Ja, wir spüren es sehr gut, dass die Änderungen etwas gebracht haben. Die Abläufe sind runter, die Kunden sind ruhiger, sie haben mehr Freude, sie sagen auch, es geht schneller, es funktioniert besser. Also ich gebe die Sachen vor der Tür schon ab, gehe kurz rein, wieder raus und dann hat sich das. Wir sind jetzt das vierte Mal hier und haben immer wieder die Skier hier ausgeliehen. Die Rückgabe läuft sehr schnell und wir sind sehr zufrieden. Bis zum nächsten Mal.